Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Tut mir leid wegen den Hintergeräuschen, wie auch immer. Ich bin Lorena und willkommen zurück. Ich zeige euch heute, wie man aus einem alten Hemd ein neues, hübscheres Hemd machen könnte. Also wenn ihr das sehen wollt, dann bleibt dran. Das ist jetzt, wie es jetzt aussieht. Es ist hier schon genäht, hier ist es gepinnt. Und jetzt hat mir Annie und Murel geholfen mit dem Pen. Und jetzt nehmen wir wieder. Es ist falsch rum, deswegen muss ich das jetzt nachher erstmal umdrehen. Also das ist jetzt, hoffentlich ist es nicht am Ende. So, es ist jetzt auf. Und jetzt muss ich es nicht. Los geht's. Ein Keks, sieht man die? Hi, ich habe jetzt das... Es ist Zeit fertig, es sieht. So aus, also, Amina, wenn du das siehst, danke für das Hemd. Ich habe das jetzt genäht, hier, man sieht, dass es hier enger liegend ist. Das war so schön. Ich mag den Rücken am liebsten. Und ja, jetzt kommt die Luftwurmontage. Und ja, jetzt kommt die Luftwurmontage. Und ja, jetzt kommt die Luftwurmontage. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und euch gefällt das Kleid genauso gut wie mir. Da steht meine Assistentin dafür. Jedenfalls, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen hoch da und ein Abo da. Und vergesst nicht die Glocke anzumachen, um kein Video zu verpassen und sonst bis zum nächsten Mal zum neuen Video.